So hallo, heute überprüfen wir mal den original Zustand des Mopeds Dafür haben wir hier eine Walze aufgebaut, das wird uns dann die KMH auszeigen Das ist das Moped, hier unten ist die Walze, so wie sie auch die Polizei in Österreich verwendet So und jetzt gehen wir es an Geht's schon Moped ist gestartet Puppe, der Nagle 1540 Das passt ganz genau. Sehr gut. Jetzt gehen wir wieder an. Also man sieht, Moped im Originalzustand, passt wunderbar ein bisschen was wir hier anziehen, kommen wir genau auf 45 kmh.